Das ist ein Appell an die Politik. Rettet die Reisebüros. Rettet meine Ausbildung. Mein Name ist Marie Litzel und ich bin 19 Jahre alt und seit anderthalb Jahren in der Ausbildung zur Tourismuskauffrau. Ich bin im zweiten Lehrjahr und frage mich, werde ich meine Ausbildung beenden können? Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir können aktuell keine Reisen verkaufen, da das Auswärtige Amt vor Reisen warnt und Politiker sich dafür aussprechen, seinen Sommerurlaub nicht zu buchen. 10.000 Reisebüros, das heißt 70.000 Kolleginnen und Kollegen, haben Existenzängste. 60 bis 70 Prozent der Reisebüros sind schuldlos von der Insolvenz betroffen, aber von der Politik werden wir immer noch nicht wahrgenommen. Geht mein Betrieb pleite, habe ich keinen Ausbildungsplatz mehr und ich werde zu dieser Zeit auch keinen neuen finden. Die Gelder, die Lufthansa, die TUI und die Condor bekommen, davon haben wir nichts. Seit März stornieren wir alle gebuchten Urlaubsträume für unsere Kunden und das macht uns wirklich traurig. Wir haben davon absolut gar nichts. Es gibt hunderte weitere Azubis, außer mir, hier in Hessen und in Deutschland, die genauso um ihre Ausbildungsstelle kämpfen müssen. Wir sind die Fachkräfte von morgen, wird uns nicht geholfen, gibt es in der Touristik keine Zukunft für die Jugend. Und deswegen noch mal. Rettet meine Ausbildung. Rettet die Reisebüros. Jetzt sofort. Wir brauchen Ihre Hilfe. Rettet die Reisebüros. 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 Rettet die Reisebüros.